Ich habe ein kleines Déjà-vu. Wir haben die Haare schneiden lassen. Mit der Arbeitsverteilung, selber alles vorgeben und nichts machen. So, wir sind das zweite Mal. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Wir sind wieder losgefahren aus Tübingen. Die Reise geht weiter und es geht weiter. Wir verraten es jetzt mal und ihr habt es wahrscheinlich auch schon lange geahnt, weil wir kamen aus dem Süden. Es geht weiter in den Norden. Wir waren hoch. Erster Stopp. Wieder in Déjà-vu. Holland. Und wir machen da natürlich auch einen kleinen Zwischenstopp, bevor es dann echt weiter hoch geht. Skandinavien, here we come. Jetzt ist die Frage, haben wir alles? Immer wenn man wegfährt, jetzt kann man auch umdrehen. Alles gedanklich mal durchgehen. Da liegen Boards, die haben wir wieder reingenommen. Der Bus ist recht voll auf jeden Fall. Der ist voll und man kann unterwegs auch eigentlich alles bekommen, falls man mal was nicht hat. Das denke ich auch. Essen haben wir vorbereitet. Wir können ja nicht kochen jetzt unterwegs. Und dann futter ich dich später. Hammer. Das ist nett von mir. Ja. Schön. Also gute Fahrt. Ab nach Holland. Ja. Wir sind ein paar gute Kilometer auf der Autobahn unterwegs. Kicks. Es ist 7 Uhr abends. Das heißt. Abendessen. Daran zu regnen führen. Hast du Hunger? Der Himmel weint, dass wir Deutschland verlassen. Ich habe Hunger. Ich habe einen riesen Hunger. Sorry. Du hast Hunger? Großen Hunger. Ich glaube wir müssen nicht verhungern. Wir haben so einen riesen Schüssel mit Burgersalat gemacht. Mit Feta. Quinoa. Ah Quinoa. Es ist Quinoa. Quinoa Salat. Verhungern muss man auf jeden Fall nicht, weil es ist mega viel. Ich muss halt nur ein bisschen salzen und mit Pfeffer noch rein. Das sind wir noch vergessen. Das mache ich jetzt. Und dann schaue ich mal, ob ich es bei dir irgendwie rein bekomme. Ja. Also. Guten. Danke. Schönen! im Bus. Während dem Fahren sogar. Ich meine, kochen im Bus machen wir ja öfters, aber während dem Fahren? Naja, kochen. Sind wir das jetzt nicht mehr? Ah, okay. Schmeckt's dir? Sehr gut. Und du willst noch erzählen, dass du die Strecke hier ganz gut kennst, weil? Ja, weil wir ja am Anfang zwei Jahre eine Fernbeziehung hatten. Weil ich noch hier in Kondat und du in Zeeland. Und dann bin ich da öfter mal für drei Tage, vier Tage hochgedüsten im Auto. Ja, hin war immer sehr schön. Da war Musik vor der Kanne. Gute Stimmung. Ja, aber jetzt ist das Gute. Fahren wir die gleiche Strecke, aber zusammen. Hat sich doch gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also genießen wir jetzt die Fahrt. Ja, aber bei der Fahrt, bei der Strecke, da kommen dann immer die alten Erinnerungen hoch, wie man da noch alleine hin und her gefahren ist. Schön. Und dann stellen wir gleich mal gute Musik auf und dann geht's so weiter in Richtung Norden. Wir sitzen wieder im Auto. Und wie ihr sehen könnt, warte, ich hole die Kapi mal ab, sind wir und Kate auch ganz anders aus. Wir haben die Haaren schneiden lassen. Wir waren kurzer Zwischenstopp in Brabant. Das ist die genau so abgelaufen, wie am anderen Hohler Reisen. Ja. Dahin Haare schneiden und jetzt auch wie damals, ja, fahren wir an den Brausdamm. Genau, es ist ein großer Desenvue. Auf jeden Fall sind wir jetzt, wie Kate sagt, an den Brausdamm. Und wir müssen hier rechts, das stimmt. Und dann fahren wir erstmal an der Innenseite von Brausdamm, in Krevelingen und machen da ein Family Tag am Wasser. Und da freuen wir uns. Schön viel Sonne und Wind. Ja, Sonne, okay. Und Family. Ja. Ab. Tags Wasser. Musik Musik Boah, herrlich. Es ist noch ruhig. Noch nicht so viel Wind. Windschirm steht. Und meine Eltern haben hier plötzlich gefunden, es ist hier verrückt voll. Himmelfahrt ist immer wahnsinnig voll. Schau dir das an. Es ist wie ein Camping hier. Komplett voll. Hier ist ja noch echter Wassersport, wird groß gefeiert und gelebt. Und ich glaube, heute Mittag sieht es hier schwarz von der Windsurfer. Also, das heißt, komplett voll. Hey. Herrlich. Herrlich, oder? Noch wenig Wind, Sonne? Mega. Ja. Ja. Hallo, hoi Morgen. Hoi, hoi Morgen. Hahaha. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020